Gewinnmitnahmen bei der Allianz nach Zahlen Deutsche Telekom sind jetzt auch nicht so mega ausgefallen die Zahlen, auch die Aktie leicht unter Druck. Moderna hat Zahlen geliefert, außerdem Intuit, Booking Holdings, New Holdings, Mercado Libre und wir schauen auf die Aktie von Block. Mahlzeit, der DAX, der ist heute leicht im Plus aktuell wieder, versucht sich hier ein bisschen zu stabilisieren, deutlich über der 17.000 Punkte Marke. Wir hatten da gestern schon mal so kurz drüber gesprochen, am Ende sieht es so aus, dass jetzt erstmal alles raus ist an wichtigen Zahlen, an wichtigen News für den Markt. Und es könnte ein bisschen problematisch werden, dass auf die nächste Zeit einfach die Katalysatoren fehlen für die Aufwärtsbewegung. Wir haben die nächste Zinssitzung erst Ende März und bis dahin erwarten uns noch fünf verschiedene Zahlen zu den Inflationsdaten. Das geht in der nächsten Woche los, ja so ziemlich mit dem wichtigsten Bereich der PCI-Inflation. Wir haben aber gesehen, dass für den Januar, für den die Zahlen jetzt kommen, dass für den Januar sowohl die Verbraucherpreisindizes als auch die Erzeugerpreisindizes ein wenig stärker angestiegen sind als erwartet. Wir haben also ja ein wenig negative Reaktionen gesehen aufgrund der Inflationsdaten. Und es ist davon auszugehen, dass auch die PCI-Daten davon nicht verschont bleiben. Ich hatte das gesagt, die Erzeugerpreise, die lassen uns immer einen ganz guten Rückschluss zu auf die PCI-Preise, die dann kommen. Und dementsprechend ist momentan damit zu rechnen, dass auch der PCI-Preisindex ein wenig stärker ansteigt für den Januar als erwartet. Spannend wird es dann mit den Zahlen, die im Februar kommen. Denn die kommen auch noch vor der FED-Zinsentscheidung im März natürlich. Also die Zahlen, die im März kommen, die kommen vor der FED-Zinsentscheidung von der FED. Also das, was da wichtig ist, ist, wie werden die Zahlen im Februar ausfallen gegenüber den Zahlen vom Januar. Denn typischerweise ist es so, Jan Hatzius hatte da auch drauf hingewiesen von Goldman Sachs. Und Goldman Sachs waren die einzigen, die in ihrer Analyse für den Verbraucherpreisindex richtig lagen. Nämlich mit 0,4% Steigerung auf Monatsbasis. Und Jan Hatzius hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es für den Januar typische preissteigende Einmaleffekte gibt. Nämlich, dass zum Beispiel bestimmte Pricings zum Januar hin angehoben werden. Dass also Preiserhöhungen, die fürs Gesamtjahr stattfinden, im Januar stattfinden. Und dementsprechend war damit im Prinzip schon zu rechnen wohl, dass die Zahlen ein wenig heißer ausfallen, als der breite Markt das angenommen hatte. Wenn sich das im Februar bestätigt, also die Zahlen im Februar wieder deutlich abkühlen und besser kommen als im Januar. Dann könnte das dazu führen, dass vielleicht doch die Fed schon in Richtung Mai in den ersten Zinssenkungen verhangen ist. Wir werden es sehen. Es würde am Ende bedeuten, dass die Märkte weiteres Potenzial nach oben haben. Allerdings könnte natürlich jetzt in der nächsten Woche mit der Veröffentlichung der PCI-Daten dann auch erstmal diese kleine Korrektur einsetzen. Mit der ich ja im Prinzip immer noch rechne. Und dann würde es ganz gut passen, wenn dann im März, irgendwann im Laufe des März, klar wird, dass die Inflation vielleicht doch etwas besser sich verhält, als das jetzt im Januar dann noch anzunehmen war. Dass wir dann wieder den Start der übergeordneten Aufwärtsbewegung sehen. Das würde saisonal sehr gut passen. Das würde sehr gut passen zu dem Jahresplan, den ich habe. Aber es sollte klar sein, dass jetzt im Moment erstmal alles, was an preissteigenden Informationen oder an Informationen, die eben den Markt dazu führen, zu höheren Kursen noch zu kaufen, dass die erstmal abgearbeitet sind. Und von daher wird es auf Sicht der nächsten Wochen ein wenig schwieriger. Gewinnberichte waren gut. Rund 80% der Unternehmen aus dem S&P 500, die bislang berichtet haben, haben bessere Werte erzielt auf der Gewinnseite als erwartet. Im Schnitt 7% mehr. Das ist über dem Durchschnitt. Das heißt, man kann, glaube ich, abschließend sagen, die Earnings-Saison war sehr gut. Wir haben aber in der Sendung hier auch immer wieder gesehen, dass die Reaktionen in den Einzelaktien auf die Zahlen zum Teil sehr heftig ausgefallen sind und heftiger als in den Quartalen zuvor. Sowohl auf der Positivseite als auch auf der Negativseite. Aber das, was für den Markt wichtig ist, ist im Moment immer noch ganz klar. Gute News werden gekauft. Haben wir gestern gesehen, ganz klassisch bei den Zahlen von Nvidia, die eben in der Nachtsession von vorgestern veröffentlicht worden sind. Da haben wir diese sehr, sehr positive Bewegung gestern gesehen. Quer durch alle Märkte durch hat sich das durchgezogen. Und dementsprechend ist das übergeordnet hier immer noch ganz klar ein super gesunder Bullenmarkt, der aber nichtsdestotrotz durchaus mal korrigieren kann. Wir schauen auf das, was von Seiten der Einzelwerte im Moment hier aktuell ist. Und da beginnen wir mal mit so einer kleinen Enttäuschung, wie ich finde, hier mit der Aktie von Hensoldt. Und Hensoldt hat Zahlen gemeldet heute und die Zahlen, die sind eben etwas schwächer ausgefallen, als der Markt das erwartet hatte. Der Umsatz, der ist zwar um 8,2 Prozent angestiegen und lag damit ungefähr mit den 1,85 Milliarden so in der Basis dessen, was von den Analysten erwartet worden ist. Das bereinigte EBITDA, das ist sogar ein bisschen stärker angestiegen. Das ging um 12,7 Prozent nach oben auf 329 Millionen, liegt damit etwas über den Erwartungen der Analysten. Die EBITDA-Marge ist mit fast 20 Prozent gekommen. Das ist sehr gut. Da hatte sich Hensoldt selber nur 19 Prozent ungefähr vorgenommen. Der bereinigte Free Cashflow, der ist ordentlich mit 259 Millionen. Der Auftragseingang, der ist auch erwartungsgemäß etwas angestiegen von 1,99 auf 2,08 Milliarden auf Jahresbasis. Und damit liegt der Auftragsbestand für Hensoldt jetzt bei 5,53 Milliarden. Das sollte die Investoren eigentlich zufriedenstellen. Denn 5,53 Milliarden Auftragsbücher bei einem Unternehmen, was aufs Gesamtjahr 1,85 Milliarden Umsatz generiert hat, damit sind wir im Prinzip auf die nächsten Jahre hier von der Auftragsseite zumindest safe. Und es ist natürlich auch davon auszugehen, dass diese positive Entwicklung der Auftragseingänge aufgrund dieser Neuordnung der Rüstungsausgaben innerhalb Europas und eben auch in Deutschland, dass das sich doch weiterhin auch positiv auf Hensoldt auswirken sollte. Aber die Bewegung, die zuletzt gelaufen ist, die war ja nun wirklich schon parabolisch. Da ist eben die Hensoldt-Aktie hier in dieser Aufwärtsbewegung auch nochmal sehr viel dynamischer gelaufen als der große Bruder, die Rheinmetall-Aktie. Und dafür haben die Zahlen eben einfach nicht gereicht für diese enorme Dynamik, die hier drin war. Da wird jetzt ein bisschen was wieder rausgenommen. Wir schauen uns das mal hier auf Jahresbasis an. Und damit lässt auch der Ausbruch über dieses Allzeithoch hier noch ein bisschen auf sich warten. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wo sind hier mögliche Einstiegsniveaus. Da können wir hier mehrere identifizieren. Wir haben diesen Bereich hier, der als Unterstützung dient. Wir haben diesen Bereich, der eine kleine Unterstützung ist. Und wir haben diesen Bereich hier unten, der nochmal eine etwas größere Unterstützung ist. Ich würde aber nicht damit rechnen, dass die Aktie sehr viel weiter zurückkommt als hier vielleicht dieses 31-Euro-Niveau. Das ist wirklich ein markantes Niveau. Wir hatten schon vorher den Anlauf hier gesehen auf diese Level. Naja, und dass wir jetzt eben unter das Tief gegangen sind, das spricht dann halt dafür, dass wir auch wirklich eine etwas kräftigere Bewegung sehen konnten. Denn ihr seht das hier. Hier ist sehr viel Dynamik drin. Hohes Momentum. Und auf der linken Seite seht ihr eben hier drüben, da sind also auch keine großen Widerstände gewesen. Deswegen ging das Ganze hier sehr schnell nach oben. Und typischerweise geht es dann eben auch sehr schnell nach unten bis in den Bereich der nächsten Unterstützung. Und die haben wir hier eben aufgrund dieser letzten Hochs. Das heißt, wir kommen jetzt hier recht dynamisch auf den Bereich dieses Unterstützungsniveaus. Und man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass wir hier eine Bodenbildung sehen. Ich glaube, das, was die Anleger ein bisschen enttäuscht hatte, das war die Dividende. 40 Cent pro Aktie ist immerhin eine Erhöhung um ein Drittel von den 30 Cent, die es im Vorjahr gab. Aber die Analysten, die lagen bei 48 im Bereich der Erwartungen. Und die ist jetzt natürlich nicht erfüllt worden mit 40 Cent. Auch die Umsatzprognose für 2024 ist ein bisschen schwach reingekommen, nämlich nur mit 2 Milliarden. Das wäre also eine Steigerung von 1,85 auf 2 Milliarden. Ist nicht wirklich dynamisch. Da hatten die Aktienanalysten auch eher mit 2,18 Milliarden gerechnet. Also das hat man alles so ein bisschen verfehlt. Von daher ist es normal, dass ein wenig Enttäuschung jetzt in der Aktie mitschwingt und ein Teil dieser parabolischen Bewegung zurückgeholt worden ist. Aber ich glaube, wir laufen jetzt hier so langsam 30, 31 Euro auf einen guten Unterstützungsbereich, den man sicherlich mittelfristig hier auch kaufen könnte. Ja, ganz anders sieht es aus bei der Aktie von Rheinmetall. Die zeigt hier überhaupt keine Rückschritte, sondern das, was wir bei Rheinmetall sehen, das ist hier ziemlich deutlich. Das sind kleine Bullflags, die dann immer wieder nach oben verlassen werden. Hier war die nächste Bullflag. Die wird schon wieder nach oben verlassen und damit stehen wir jetzt inzwischen über 400 Euro. Und das ist noch gar nicht so lange her. Hier Anfang des Jahres, da haben wir erstmal berichtet, dass die Aktie über 300 Euro gestiegen ist. Jetzt stehen wir deutlich über 400 Euro. Im Prinzip nur ein paar Wochen später. Also es ist enorm, wie die Aktie von Rheinmetall hier läuft. Nach wie vor bester Wert im DAX, war sie schon im letzten Jahr, ist sie auch in diesem Jahr bisher. Und ja, aber wir sehen hier eben auch wirklich weiter einen sehr, sehr positiven Newsflow. Es gibt schon wieder einen neuen Großauftrag. Der kommt diesmal vom österreichischen Bundesherr. Da geht es um Skyranger Flugabwehrsysteme, die auf 36 bestehende Pandur-Fahrzeuge der österreichischen Armee draufgebaut werden sollen. Das sind im Prinzip so Flugabwehrturmlösungen, die dann mobile Flugabwehr zulassen. Und da geht es dann jetzt um Auslieferungen in 2026. Mittlerer dreistelliger Millionenbetrag, den man hier einkassiert hat. Und das läuft halt wirklich hervorragend. Und auch wenn wir es uns charttechnisch anschauen, hier nochmal ganz grob, ganz kurz. Ja, dann seht ihr, wir haben in dieser Aufwärtsbewegung hier Dynamik, ansteigendes Volumen. Und haben dann gesehen, in der Korrektur ein abnehmendes Volumen. Und von daher war das hier ziemlich deutlich eine Bullflake, die jetzt nach oben verlassen wird. Also die Bewegung hier bei Rheinmetall, die scheint noch nicht vorbei zu sein. Da gibt es auch noch ordentlich Zielbereiche zur Oberseite. Denn wenn wir uns die Bewegung hier anschauen, das sind ungefähr so 70 Euro Bewegung. Wenn wir die jetzt hier drauflegen, dann kommen wir hier oben auf locker 460 Euro Kursziel für die Aktie von Rheinmetall. Also da rennt auf jeden Fall alles weiter. BASF. Ja, bei BASF haben wir jetzt die endgültigen Zahlen gekriegt. Die endgültigen Zahlen, die sind ungefähr so wie die vorläufigen Zahlen. Da hat sich nicht viel dran getan. Das, was jetzt hier so ein bisschen ein kleiner, ja wie soll man sagen, ein kleiner Punkt war, der in den News hier positiv aufgetaucht ist, würde ich sagen. Das ist die Dividende, die bleibt bei 3,40 Euro. Das ist durchaus in Ordnung. Denn wenn man davon ausgeht, dass das Kerngeschäft bei BASF im Moment ja nicht so toll läuft. Deswegen haben wir ja auch hier diese längere Abwärtsbewegung in der Aktie gesehen. Über die letzten drei Jahre ging das Ganze hier runter bis Ende 2022. Dann haben wir eine erste ABC-Korrektur gesehen. Das ist immer ganz spannend, sich das auch im Nachgang mal anzuschauen. Da haben wir hier also diese ABC-Korrektur. Die hat aber im Prinzip auch nicht viel mehr gemacht, als dieses letzte Widerstandslevel hier zu testen. Dieses letzte starke Widerstandslevel in der Aktie. Ja, und dann sind wir wieder in den übergeordneten großen Abwärtstrend hier gerutscht. Und zwar mit einer fünffälligen Bewegung. Und jetzt im Moment können wir hier noch nicht viel Neues erkennen. Wir haben in der kleineren Sequenz hier so eine erste kleine ABC-Korrektur auch nochmal gesehen. Ist aber im Prinzip auch nichts anderes als ein Test dieses 50 Euro Widerstandsniveaus. Und ich sehe hier immer noch die Möglichkeit, dass die Aktie sich so weiter bewegt, dass wir jetzt hier quasi so eine bearische Konsolidierung haben. Und wir sehen nochmal den Rutsch nach unten. Das halte ich durchaus für möglich. Und man versucht jetzt hier natürlich alles bei BASF, um so ein bisschen die ganzen Bilanzen wieder auf Vordermann zu kriegen. Man hat jetzt hier nochmal ein großes Sparprogramm angekündigt. Da ist 2022 schon mal eins angekündigt worden. Jetzt hat man ein weiteres angekündigt für die Niederlassung in Ludwigshafen überwiegend. Da soll es jetzt darum gehen, bis 2026 eine Größenordnung von einer Milliarde einzusparen. Jetzt hat man aber auch schon ganz klar gesagt, das wird wohl leider nicht gehen ohne weiteren Stellenabbau. Also es werden noch mehr Mitarbeiter bei BASF ihren Job verlieren. Das ist immer schade, aber bei den Aktionären kommt das manchmal ganz gut an. Heute kann die Aktie davon nicht profitieren. Es gab eine erste kleine Bewegung nach oben, aber inzwischen ist das Ganze schon wieder ins Negative umgekehrt. Eine der schwächeren Aktien heute im DAX minus 1,6%. Und ich würde hier momentan auch noch nicht investieren. 7,2% Dividendenrendite, das kriegen wir jetzt über diese 3,40 Euro Dividende. Das ist nicht schlecht, aber das würde mich nicht dazu bringen, jetzt hier in die Aktie zu investieren. Auch wenn man natürlich ganz klar sagen muss, die Bewertung liegt schon fast am Boden. Das ist relativ niedrig. Wir können es uns mal angucken. Wir stehen jetzt hier bei einem 14,5er Kursgewinnverhältnis und da hatten wir hier deutlich höhere Werte schon. Aber naja, wenn wir es vergleichen eben mit den ganzen Jahren davor, dann haben wir im Moment einfach schlicht und ergreifend zu wenig Gewinn, als dass wir hier irgendwo in bessere KGVs reinkommen, niedrigere KGVs. Wenn wir irgendwann hier wieder Richtung 5 Euro laufen oder Richtung 6 Euro die Aktie, dann kommt das Ganze natürlich auch wieder weiter runter. Aber für den Moment halte ich es nicht unbedingt für nötig, eine BASF-Aktie im Depot zu haben. Allianz habe ich auf der Uhr. Allianz, der schwächste Wert heute quasi im DAX mit minus 2,4%. War auch, glaube ich, schon über 3% hinten heute. Also holt gerade ein wenig wieder zurück. Finde ich nicht weiter schlimm. Ja, wenn wir uns die letzten 52 Wochen hier anschauen, dann sehen wir die Bewegung von 192 Euro rauf auf 256 Euro. Das ist eine sehr schöne, sehr gute Bewegung. Ich meine, das ist jetzt keine Technologieaktie, die wir hier haben, sondern wir sind im Versicherungsbereich. Und da ist es nun mal so, gerade bei den Versicherern, bei den Rückversicherern, da kriegen wir eine schöne, konstante Performance, aber eben keine exorbitante Gewinn-Rally. Die brauchen wir hier auch nicht, weil wir kriegen hier zusätzlich zur Kursbewegung on top ja auch immer noch eine gute Dividendenrendite. Und die Dividende, die wird jetzt bei Allianz hier nochmal ordentlich angehoben. Um 2,40 Euro geht es nach oben auf 13,80 Euro. Und damit kommen wir hier aktuell auf eine Dividendenrendite so um die 5,6%. Das ist alles andere als schlecht. Für eine Aktie, die mit einem KGV knapp unter 10 bewertet ist, ist das wirklich ordentlich. Und ich gehe davon aus, dass die Bewegung, die wir hier heute sehen, nach dieser kleinen Dynamik, die wir nochmal hatten hier im Tagesverlauf gestern und vorgestern, da ging es nochmal kräftig über die 250 Euro oben raus. Und das, was wir jetzt sehen, das sind hier einfach ein bisschen Gewinn-Mitnahmen. Für mich sind diese Rücksetzer hier eher Kaufchancen, als irgendein Grund die Aktie herzugeben. Wir haben also hier drei große Bereiche bei Allianz. Das eine ist der Bereich Asset Management. Der liegt bei 3,13 Milliarden Einkünften. Der ist auch deutlich besser gekommen, als die Analysten erwartet hatten. Dann haben wir den wichtigsten Bereich hier auch für dieses Quartal oder für dieses Jahr, auch was jetzt abgelaufen ist, den Bereich Lebensversicherung, Krankenversicherung. Da sind 5,2 Milliarden generiert worden an Gewinn, an operativen Ergebnis quasi an Gewinn. Und dann haben wir diesen Bereich Schadens- und Unfallversicherung. Da sind 6,9 Milliarden generiert worden. Und das ist der einzige Bereich, der ein wenig unter dem lag, was die Analysten erwartet hatten. Der Ausblick, der ist in Ordnung. Man rechnet jetzt mit einem operativen Gewinn für 2024 zwischen 13,8 und 15,8 Milliarden. 14,7 sind jetzt im abgelaufenen Jahr angefallen. Also da liegt man ungefähr so in der gleichen Range. Man geht also davon aus, dass man vielleicht ein minimales Wachstum sieht. Das ist bei den Marktteilnehmern nicht so gut angekommen. Die Analysten, die lagen tatsächlich bei 15,5 Milliarden in der Mitte. Und das liegt eben etwas über dem mittleren Bereich der Prognose. Und das ist natürlich das, was vielleicht hier ein wenig Druck auf die Aktie heute auch noch ausgeübt hat, warum der ein oder andere hier seine Gewinne mitgenommen hat. Aber mittel- bis langfristig würde ich sagen, die Aktie ist weiter top. Da ist alles in Ordnung, fundamental läuft es. Charttechnisch sieht es gut aus. Ich sehe hier keine Notwendigkeit, ein Verkaufs-Rating hier abzugeben. Deutsche Telekom, zweitschwächster Wert heute im DAX, zumindest als ich vorhin geschaut habe, mit minus 2,2%. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Hatte ich gestern gerade bei Chartzeit drin die Aktie, habe die nochmal analysiert und hatte auf das geschaut, was hier erwartet wird von der Umsatz- und von der Gewinnseite. Da hat man von der Umsatzseite her im vierten Quartal jetzt ein wenig besser abgeschlossen. Da liegt der Rückgang jetzt nur bei minus 1,4%. Da war ein Rückgang von etwas mehr als 2% im Umsatz erwartet. Also der Umsatz ist ein wenig besser gekommen. Aber damit war es das dann auch schon. Alle anderen Kennzahlen sind etwas schlechter gekommen. Das bereinigte EBITDA, das lag bei 10,01 Milliarden im vierten Quartal. Da hatten die Analysten mit 10,07 gerechnet. Konzern-Ergebnis ist negativ geworden. Und das ist natürlich hier wirklich ein Dorn im Auge einiger Investoren. 1,63 Milliarden positiven Gewinn hatten die Analysten erwartet. 1,04 Milliarden negatives Konzern-Ergebnis hatte man jetzt zu vermelden. Man hat das relativ gut erklärt mit einem Bewertungseffekt aufgrund gestiegener Zinsen. Das ist also ein Einmaleffekt, ist dann wahrscheinlich auch relativ schnell abgearbeitet, führt aber eben auch dazu, dass das Konzern-Ergebnis auf Jahresbasis die Analysten-Erwartungen verfehlt hat. Also der Konzern-Überschuss auf Jahresbasis, der ist mit 17,8 Milliarden reingekommen. Das ist ordentlich, ist aber eben auch ein außerordentlicher Gewinn-Effekt mit bei durch den Verkauf dieser GD-Towers. Also man liegt bei 17,8 Milliarden. Die Analysten hatten mit 20 Milliarden gerechnet. Und deswegen verfehlt die Telekom hier klar auf der Gewinnseite. Und das ist natürlich ein Problem. Das bereinigte Konzern-Ergebnis für das vierte Quartal, das lag bei 1,83 Milliarden. Da hatten die Analysten auch mit 1,9 Milliarden gerechnet. Also so richtig perfekt ist es nicht gelaufen. Weder das letzte Quartal und damit dann eben auch nicht das letzte Jahr. Das ist ein bisschen schade. EBITDA fürs Gesamtjahr mit etwas über 40 Milliarden liegt eben auch nur im Bereich der Prognosen. Da konnte man auch nicht überraschen. Und der Nettogewinn, der ist sogar noch ein bisschen weniger gekommen. Also geringer als im Vorjahr und auch etwas geringer als erwartet. Bisschen schade. Man kann das im Prinzip mit einem ganz guten Ausblick wieder ausbügeln. Der Ausblick, der geht jetzt aus von dem bereinigten EBITDA-Wachstum um 6 Prozent auf Jahresbasis auf 42,9 Milliarden. Und da hatten die Analysten nur 42,3 auf der Uhr. Und der Free Cashflow, der soll auch nochmal kräftig um 16 Prozent ansteigen auf knapp 19 Milliarden. Der bereinigte Gewinn soll um 10 Prozent klettern. Das finde ich ganz okay. Das heißt, wir haben hier kurzfristig wahrscheinlich noch ein wenig Druck auf der Aktie. Mittelfristig sollte sich das relativ schnell geben. Wenn wir hier mal schauen, wo die Unterstützungsniveaus liegen in der Telekom. Die haben wir hier. Ja, das ist der große Unterstützungsbereich, der jetzt hier läuft. Den könnten wir vielleicht noch erreichen. Den kann die Aktie noch sehen. Viel mehr würde ich allerdings nicht sehen wollen. Das, was jetzt hier gerade passiert, das ist im Prinzip nichts anderes als eine ABC-Korrektur. Die läuft hier runter. Ich hätte gerne, dass die dann hier auch beendet ist und die Aktie wieder nach oben wegdreht. Wenn das nicht passiert, dann müssen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer anschauen. Der erste Negativpunkt, den wir hier auf dem Jahreschart schon ganz klar ausmachen können, das ist eben das Verletzen dieser Trendlinie, die wir jetzt hier hatten. Und das ist natürlich ein wenig ungünstig. Also rutschen wir hier auch noch unter das letzte Tief. Und damit kommen dann eben typischerweise die nächsten Unterstützungsniveaus hier ins Spiel. Und das sind auf der Seite der Tiefs das hier, auf der Seite der Hochs das hier. Also unter 21 Euro sollte die Aktie der Deutschen Telekom nicht fallen. Ansonsten bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die im Depot drin bleibt. Aber mittel- bis langfristig sehe ich das Ganze für die Telekom hier weiter recht positiv. Builders First Source. Wir kommen also jetzt nach Amerika. Und Builders First Source hat Umsätze geliefert, die unter den Vorjahresumsätzen lagen. 5% tiefer, aber hat auf der Gewinnseite überrascht. Und zwar hat ordentlich überrascht. 3,55 Dollar auf der Gewinnseite. Da hatten die Analysten tatsächlich nur 97 Cent weniger auf der Uhr. Also etwas so um die 2,60 Dollar waren hier erwartet. 4,15 Milliarden auf der Umsatzseite. Das sind 170 Millionen mehr als erwartet. Das ist auch in Ordnung. Der Nettogewinn, der lag bei 350,7 Millionen, ist auf Jahresbasis 9% rückläufig gewesen. Aber bereinigte EBITDA-Marge hat angezogen. Jetzt muss man ganz klar sagen, für Builders First Source war es ein bisschen ein schwieriges Jahr, weil der ganze Bereich Mehrfamilienhäuser nicht so gut läuft in Amerika. Anders ist es beim Bereich Einfamilienhäuser. Da wird gut gebaut und dementsprechend haben wir hier auch vernünftige Zahlen gesehen, die reingekommen sind. Was mir sehr gut gefällt, das sind die Fonds, die hier wirklich kräftig dazukaufen. Die haben seit März 2020 hat sich die Anzahl der Fonds, die in Builders First Source hier drin ist, quasi verdoppelt. Ich habe die Aktie schon seit einiger Zeit auf der Watchlist und habe im Prinzip immer darauf gewartet, dass wir einen Rücksetzer sehen. Da hatte ich auch in den Chartzeit-Wochenanalysen häufiger darüber gesprochen, über die Builders First Source. Und hätte gerne mal gesehen, dass wir einen etwas größeren Rutsch in der Aktie sehen. Das ist nie passiert. Deswegen bin ich da nicht so wirklich reingekommen. Und im Moment sieht es eben auch noch so aus, dass diese Trendlinie, die hier läuft, anscheinend immer noch aktiv ist, aktuell ist. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir hier wieder hängen bleiben und nach oben weglaufen. Denn man muss halt einfach wissen, in Amerika ist über lange Zeit einfach zu wenig gebaut worden. Große Wohnungsnot. Und dementsprechend werden hier viele Neubauten im Bereich der Einfamilienhäuser im Moment vorgenommen. Das ist so der Hauptbereich. Und da haben wir eben nicht nur die Baubeginne von den Neuen, sondern wir haben natürlich auch einen relativ hohen Reparaturbedarf bei den schon bestehenden Häusern. Und da ist es momentan ja so, dass auch viele Bürger in Amerika lieber in ihren Häusern drin bleiben, anstatt umzuziehen und neu zu kaufen. Denn sie müssten jetzt natürlich mit viel höheren Hypothekenzinsen das Ganze finanzieren, als sie ihre laufenden Häuser finanziert haben. Und deswegen besteht im Moment auch ein etwas erhöhter Reparaturbedarf. Da geht man auch davon aus, dass das im nächsten Jahr so bleibt. Baubeginne für Einfamilienhäuser sieht man im mittleren einstelligen Prozentbereich ansteigend. Reparaturen für Häuser sieht man im niedrigen einstelligen Prozentbereich ansteigend. Naja, und Mehrfamilienhäuser sieht man hier nochmal den Bedarf um minus 20 bis 30 Prozent rückläufig. Muss man jetzt aber auch wissen, bei Builders First Source, Haupteinkünfte kommen durch den Bereich Einfamilienhäuser und Reparaturbedarf. Aktienrückkaufprogramm hat man hier nochmal gestartet bis zu einer Milliarde. Man hatte schon jetzt für 1,8 Milliarden in 2023 Aktien zurückgekauft. Das hat den Kurs also auch nochmal zusätzlich gestützt und am Ende sieht das hier für Builders First Source nach wie vor alles recht gut aus. Von der Bewertungsseite müssen wir allerdings sagen, die Aktie ist eben nicht mehr billig. Zumindest nicht im Vergleich zu dem, was sie normalerweise gekostet hat über die letzten fünf Jahre. Da sehen wir hier so ein KGV von 10 im Schnitt und im Moment liegen wir so um die 13. Das heißt so rund 30 Prozent höher bewertet und das ist eben auch der Grund, weshalb ich momentan hier lieber auf eine Korrektur warte, um in die Aktie reinzukommen, als jetzt auf hohem Niveau hier hinterher zu springen. Neumond. Tja, Neumond, da sieht es nicht so rosig aus. Wenn wir uns hier mal die Entwicklung anschauen des Aktienkurses, die läuft permanent weiter nach unten. So auch gestern. Es ging hier deutlich bergab über 7 Prozent nochmal weiter runter. Wir sind jetzt hier auf den tiefsten Kursen seit fünf Jahren gleich angekommen. Ja, das tiefste Niveau, das liegt hier bei 29,76. Wir liegen im Moment bei 30,90 Dollar. Also knapp vor diesen fünf Jahrestiefs. Das hier sieht alles andere als gut aus. Wäre keine Aktie, die für mich, für das Muster Depot auch nur irgendwie im Ansatz in Frage kommt. Wir können uns mal anschauen, wie die Goldunzenpreise sich hier bewegt haben. Also wir haben hier die Kostenseite für Neumond. Die liegt bei 1.485 Dollar pro Unze Gold und der Verkaufspreis, der lag bei 2.004 Dollar. Das ist also schon mal ein ganz guter Spread, den man hier hat zwischen Kosten und Verkaufspreis. Das heißt, logischerweise, der Goldpreis ist ja ganz gut gestiegen zuletzt, aber anscheinend reicht es immer noch nicht, um hier die Erwartungen der Analysten irgendwo zu erfüllen. Wenn wir uns den Bereich Sales and Production anschauen, der sieht auch gut aus. Produktion ist kräftig angestiegen und auch der Bereich der Verkäufe ist kräftig angestiegen. Die Produktion lag jetzt bei 1,74 Millionen Unzen. Verkäufe hatten wir 1,72 Millionen Unzen. Das ist alles okay, aber es ist im Prinzip von dem, was wir jetzt auch an Ausblick bekommen haben, nicht ausreichend, um hier irgendwie die Aktienpreise nach oben zu bringen. Ansonsten ist es so, Neumann hat hier mit hohen Schulden zu kämpfen. Man hatte ja vor einiger Zeit Newcrest Mining übernommen. 15 Milliarden war die Übernahme schwer. Das heißt, dadurch hat Neumann jetzt eine Gesamtverschuldung von 8,8 Milliarden und das ist ganz schön ordentlich. Und jetzt versucht man also alles die Bilanz irgendwie aufzuhübschen. Man wird also einige Geschäftsbereiche verkaufen, wird einige Minen verkaufen, hat ein Aktienrückkaufprogramm trotzdem, was noch läuft, um über eine Milliarde innerhalb der nächsten 24 Monate. Aber naja, und die Dividende, die wird hier eingekürzt. Es gibt jetzt 37,5% weniger Dividende als im Vorjahr, nämlich nur noch 25 Cent im Quartal und im Vorjahr gab es 40 Cent im Quartal. Und die Analysten waren davon ausgegangen, dass diese 40 Cent beibehalten werden. Wir also eine Jahresdividende von einem Dollar 60 haben. Jetzt gibt es nur eine Jahresdividende von einem Dollar. Das ist gerade nun mal noch eine Dividendenrendite von knapp 3%. Und das reicht eben nicht. Also Neumann finde ich als Investment im Moment auch nicht interessant. Als Trade sowieso nicht, weil wir hier eben ganz klar abwärtsgerichtet sind. Moderna. Moderna hat einen ordentlichen Schub gesehen gestern. Und ja, bei Moderna ist es so, wir sehen aber, dass die Zahlen nach wie vor rot sind. Wir haben einen Umsatz, der ist um 44% rückläufig gewesen auf 2,8 Milliarden. Das ist zwar ein wenig mehr, als die Analysten erwartet haben, aber es bleibt ein Rückgang von 44,7 Milliarden. Und das finde ich einfach nicht ausreichend für Moderna. Zumal davon auszugehen ist, dass diese Umsätze weiter rückläufig sind. Und das strahlt jetzt natürlich aus auf den Gewinn. Der Nettogewinn, der ist um 85% eingebrochen. Auf nur noch 217 Millionen. Da lagen im Vorjahr 1,5 Milliarden Gewinn an. Jetzt hat die Aktie recht gut reagiert. 13,5% ging es nach oben. Naja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir einen recht hohen Marktanteil jetzt gesehen haben. Von den Covid-Impfungen in Amerika. Da hat man also den Marktanteil kräftig erhöhen können. 48% ist jetzt der Marktanteil, den man im US-Markt hat. Vorher waren es noch 37%. Das heißt, von den per se deutlich weniger Impfungen, die noch benötigt werden, kann man jetzt einen größeren Löwenanteil im Prinzip abgreifen. An der Marktkapitalisierung oder eben am Addressable Market. Das mag positiv sein, wenn vielleicht neue Impfstoffe kommen, dass sich da Moderna schon mal so weit einen Namen gemacht hat, dass man die neuen Impfstoffe auch gegen andere Krankheiten vielleicht besser am Markt platzieren kann. Aber da ist eben im Moment auch noch relativ viel Fantasie jetzt in dieser Kursbewegung drin. Man geht davon aus, dass im gesamten laufenden Jahr der Impfstoffumsatz noch mal um 64% runterkommt. Ja, dass es also noch mal deutlich weiter nach unten geht. Wir hatten jetzt schon einen Rückgang von über 60%. 6,7 Milliarden waren noch drin beim Impfstoffumsatz. Und im laufenden Jahr rechnet man nur noch so mit knapp 4 Milliarden. Das heißt, es geht hier deutlich weiter nach unten. Ja, und solange da kein Ende absehbar ist, wäre ich auch wirklich vorsichtig, die Aktie zu kaufen. Es geht hier im Prinzip im Moment einfach nur um die Pipeline, die da ist. Und da müssen neue Produkte aus der Pipeline entstehen. Das sehe ich für die nächsten Monate eher nicht. Vielleicht zum Ende des Jahres, aber für die nächsten Monate sehe ich nicht, dass hier irgendwelche wichtigen neuen Produkte auf den Markt kommen. Und deswegen wäre ich für Moderna eher vorsichtig. Die Meilensteine, die man jetzt angekündigt hatte für 2024, das ist zum einen eine Zulassung für einen saisonalen Grippeimpfstoff und zum anderen nochmal ein CMV-Impfstoff, wo man jetzt in die Phase 3 geht und wo man hofft, dass dann im Laufe des Jahres die Phase 3 Daten vorliegen. Also wir sehen, es geht hier weiter um mRNA-Impfstoffe bei Moderna. Aber ja, wie gesagt, ich wäre wirklich vorsichtig. Ich denke, es gibt bessere Biotech-Werte, in denen man es im Moment versuchen könnte. Intuit hat Zahlen geliefert. Intuit ist die Muttergesellschaft quasi von TurboTax und von QuickBooks. Das sind eben Programme, die zum Beispiel für Steuererklärungen gedacht sind in Amerika. Ja, die haben Ergebnisse geliefert, die jetzt im zweiten Quartal, im abgeschlossenen zweiten Quartal über den Ergebnissen lagen. Allerdings war die Prognose ein wenig schwach. Wenn wir mal auf die Zahlen draufschauen, dann sehen wir, dass die prinzipiell ganz gut aussehen. 11% Umsatzanstieg, 20% Gewinnanstieg. Wir sehen, dass Fonds eben die Aktie auch immer noch in ihre Fonds mit aufnehmen. Umsatz ist gekommen, wenn wir hier schauen, mit knapp 3,4 Milliarden. Der ist um 11% angestiegen, lag damit im Bereich der Erwartungen. Der Gewinn mit 2,63 Dollar, der kam etwas mehr als 30 Cent höher, als von den Analysten erwartet. Wir haben im Prinzip in allen wichtigen Bereichen von Intuit hier ein deutliches Wachstum gesehen. Small & Business Self-Employed Group ist um 18% angestiegen auf 2,2 Milliarden. Online Ecosystems ist sogar um mehr als 20% angestiegen. Consumer Group, das ist der kleinste Bereich. Der macht auch nur 492 Millionen auf der Umsatzseite aus. Der war leicht rückläufig, das hatte aber mit kalendarischen Effekten zu tun. Und ansonsten gibt es hier noch 2, 3 noch kleinere Bereiche, die man hier aber am Ende nicht groß eingehen muss. Prognose? Na, hatte ich ja gesagt, ein bisschen schwächer als erwartet. Und zwar auf der Gewinnseite. Der Umsatz, der soll weiter so bei 10 bis 11% Wachstum liegen für das nächste Quartal. Aber der Gewinn, der wird jetzt nur erwartet mit 9,31 bis 9,38 Dollar pro Aktie. Jetzt mag man natürlich sagen, hä, wie nur? Wir waren jetzt bei 2,63 Dollar. Jetzt werden über 9 Dollar erwartet. Ja, muss man aber natürlich hier auch entsprechend immer mit dem Quartal des Vorjahres vergleichen. Und da sieht man hier ganz klar, dass der April mit Abstand der gewinnstärkste Bereich oder das gewinnstärkste Quartal von Intuit ist. Und da sind eben diese 9,31 bis 9,38 Dollar, die jetzt hier angewiesen sind von der Geschäftsführung, die liegen eben unterm Konsens von 9,70 Dollar. Und das ist eben so ein bisschen das Problem. Den Gesamtjahresausblick, den hat man trotzdem beibehalten. Da hat man nichts dran verändert. Da gab es also auch keine großen Überraschungen. Das bedeutet typischerweise, dass wir hier eine Aktie bekommen, die dann eben, ja, ich sage mal, im Trend weiterläuft. Der Trend ist relativ klar hier momentan aufwärts gerichtet. Wir sind im Moment in einer Art Konsolidierung hier drin. Das ist so eine kleine Seitwärtskonsolidierung. Ausbrüche nach oben könnten die Trendrichtung hier auch weiter fortsetzen. Aber die Bewegung ist jetzt natürlich schon recht weit gelaufen. Wir sehen aber trotzdem, die Aktie ist ungefähr fair bewertet im Vergleich zu dem, was sie in den letzten 5 Jahren an Bewertung gesehen hat. Ich finde sie aber per se für das, was wir hier sehen, an Wachstum mit einem 40er Kursgewinnverhältnis zu teuer. Ich würde sie nicht ins Depot reinnehmen. Booking Holdings. Ja, Booking Holdings hat gestern Nachbörslichtzahlen geliefert. Ja, und da sehen wir jetzt die Reaktion. Minus 8 Prozent. Das ist das, was im Moment hier in der Vorbörse noch auf der Uhr steht. Wir waren hier nachbörslich bis mehr als 9 oder 10 Prozent sogar hinten. Wenn wir jetzt mal auf den US-Chart hier drauf schauen, dann sehen wir, es geht um etwas über 300 Dollar hier nach unten. Die Hauptbewegung gestern war ganz klar positiv. Die ist jetzt aber nicht nur zurückgeholt worden, sondern die wird negiert. Wir werden so im Bereich um knapp unter 3.600 Dollar in der Aktie reinkommen. Finde ich jetzt auch nicht wild, wenn man sich die Bewegung hier anschaut, in der Booking von 1.600 Dollar rauf auf 3.900. Naja, also seit Jahresbeginn, also im Jahresvergleich seit 52 Wochen, wenn wir uns das anschauen hier vom Februar an, hat die Aktie auch nochmal 64 Prozent zugelegt. Also da braucht man sich nicht wundern, wenn die Zahlen dann nicht wirklich perfekt kommen, dass es hier etwas größere Rücksetzer gibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier dieses wichtige Unterstützungsniveau um 3.500 Dollar noch testen. Im Extremfall könnte die Bewegung bis auf 3.250 Dollar zurückfallen. Auch das wäre kein Weinbruch. Das würde am übergeordneten Bild hier nichts ändern. Und das, was glaube ich ein bisschen enttäuscht hat, das war die Zahl der gebuchten Übernachtungen. Die ist zwar um 9,2 Prozent angestiegen, war aber um 9,7 Prozent von den Analysten erwartet worden. Und das große Problem, was wir hier eben sehen, das sind die Konflikte im Mittleren Osten. Denn wenn man hier Israel jetzt rausrechnet, die Konfliktregion um Israel, dann haben wir hier sogar ein Wachstum in der Zahl der gebuchten Übernachtungen von 11 Prozent. Und das zeigt eben, wie anfällig Booking ist für solche geopolitischen Unsicherheiten. Und das sorgt jetzt eben dafür, dass hier mal einiges an Gewinnen vom Tisch genommen wird. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Das ändert nichts daran, dass wir per se hier eine sehr gute Aktie vor uns haben. Die Zahlen an sich, die sehen auch schön aus. 18 Prozent Umsatzanstieg, 29 Prozent Gewinnanstieg. Das ist eine schöne Relation. Wir sehen 16 und 19 Prozent fürs Laufende und fürs nächste Jahr. Wir sehen die Fonds kaufen weiter dazu. Also Booking Holdings ist für mich weiterhin völlig in Ordnung, völlig im Trend. Und wenn wir uns hier das Forward PE anschauen, dann sehen wir, da liegen wir im Moment bei 24. Das finde ich nicht zu teuer für das Wachstum, was wir hier sehen. Und über die letzten fünf Jahre, naja, das ist ein bisschen verzerrt. Da brauchen wir nicht so drauf schauen. Aber das finde ich auch noch ganz spannend. Hier Price Earnings to Growth über die letzten zwölf Monate 0,2. Das ist wirklich günstig. Und ein Forward 1,37 im Price Earnings to Growth ist auch nicht schlecht. Das zeigt, wir haben hier wirklich ein gutes Wachstum für das, was wir hier am Ende bezahlen. Und von daher finde ich Booking Holdings langfristig immer noch gut. Wäre jetzt eben spannend, darauf zu schauen, wo die Aktie anfängt zu drehen. Und wo man dann entsprechend wieder reingehen kann. New Holdings finde ich sehr, sehr spannend. Hatte ich auch in Chartzeit schon einige Male drüber gesprochen, dass ich hier gerne Aktien kaufen würde. Das Problem war so ein bisschen, dass wir hier sehr dynamische Anstiege gesehen hatten zuletzt. War nicht so ganz einfach, da reinzukommen. Wir hatten ein sehr wichtiges Break Level. Das war hier im Prinzip so in dieser 8 Euro Range. Wenn wir uns die Aktie mal auf Dollar Basis anschauen, da geht es heute so um 0,50, 0,6 Dollar nach unten. Wir werden also wieder unter 10 Dollar rutschen. Und wenn wir uns hier jetzt mal den Einjahreskursverlauf anschauen, dann sehen wir hier noch die ganz guten Break Level, so um 9 Dollar. Das war wirklich ein wichtiges Niveau. Das ist auch ein bisschen umkämpft gewesen. Wir hatten dann hier nochmal Rücksetzer in diesem Bereich. Naja, und jetzt hatten wir zuerst hier einen schönen Ausbruchsversuch in einem etwas euphorischen Markt gestern. Und nachbörslich ging es dann jetzt erstmal nach unten. Per se kann ich aber an den Zahlen nicht viel Negatives finden. Wenn wir uns die Entwicklung hier anschauen, dann sehen wir ein Umsatzwachstum um 66%, Gewinnwachstum 120%. Für die nächsten, also fürs Laufende und fürs nächste Jahr schöne Gewinnwachstumsraten antizipiert. Fonds, die hier kräftig dazukaufen, also New Holdings halte ich immer noch mit für einen der besten kleineren Werte aus dem Bereich der Finanztitel. Und das ist natürlich hier Finanzen Lateinamerika. Hier haben wir schöne Unterstützungsniveaus, so um 9,50 Dollar. Und selbst wenn wir in diesem Bereich hier knapp unter 9 Dollar nochmal reinlaufen, sind das, wie ich finde, eher gute Kaufchancen. Also ich werde die Aktie weiter auf dem Schirm haben. Und vielleicht können wir hier auch nochmal was nach, ja dann jetzt doch endlich in die Depots irgendwo einbuchen. 94 Millionen Kunden hat das Unternehmen inzwischen weltweit. Da sind im letzten Quartal nochmal 4,8 Millionen dazugekommen. Auf Jahresbasis waren es über 19 Millionen Kunden, die dazugekommen sind. Die monatlichen Durchschnittskosten pro Kunden, die kann man sehr schön konstant halten. Aber der monatliche Durchschnittsumsatz, der ist um 30 Prozent angestiegen. Und das ist im Prinzip genau das, was wir sehen wollen. Auf Jahresbasis sind die Einlagen auch um 50 Prozent angestiegen. Das zeigt, dass die bestehenden Kunden hier auch ein hohes Vertrauen haben. Also mir gefällt New Holdings ausgesprochen gut. Aber wie gesagt, in einem schönen Rücksetzer. Irgendwo vielleicht zwischen 9 Dollar und 9,40 Dollar. Das wäre ein sehr gutes Level, wie ich finde. Mercado Libre kommt zurück. 7 Prozent nach Zahlen. War auch schon ein wenig mehr. Die rappeln sich also gerade wieder so ein bisschen. Müssen wir uns mal kurz anschauen. Und zwar auf dem US-Chart am besten. Und Mercado Libre, naja, ist ja so ein bisschen immer beworben worden als Amazon Lateinamerikas und kriegt jetzt eben so langsam das Problem, dass Amazon tatsächlich in Lateinamerika aufschlägt und im Prinzip schon den gleichen Marktanteil hat wie Mercado Libre. Mercado Libre hat ähnlich wie Amazon im Kerngeschäft halt eine E-Commerce-Plattform, einen E-Commerce-Bereich und dazu dann eben auch eine Financial-Plattform. Mercado Pago ist das. Mercado Libre ist eben die E-Commerce-Online-Plattform. Die hat den gleichen Namen. Das sah alles sehr bullisch aus, was wir hier gesehen haben. Wenn wir uns die Kursbewegung anschauen. Wir hatten hier so eine kleine linke Schulter, einen Kopf, eine rechte Schulter. Also im Prinzip so eine inverse SKS-Trend fortsetzend. Hätte schöne hohe Kursziele hier bedeutet. Jetzt kommen wir aber heute erstmal nach unten und korrigieren hier rein. Und ich hatte die Aktie bei mir im privaten Depot. Ich habe sie heute rausgegeben, vorbörslich, weil wir eben diese größere Korrektur jetzt auf der Unterseite sehen. Und ich mache mir ein wenig Sorgen, wenn die Aktie hier unten wegbricht unter das 1700 Dollar Level. Und da sind wir glaube ich schon weggebrochen jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, wir könnten hier eine etwas größere Korrektur sehen. Denn diese Konkurrenz zu Amazon, die ist nicht zu übersehen. Und wenn euch die Mercado Libre Aktie ein bisschen genauer interessiert, dann schaut gerne in die Chartzeit rein. Da ist in einer der letzten Folgen die Mercado Libre Aktie drin. Und da nehme ich die Sachen ja immer ein bisschen genauer unter die Lupe. Da könnt ihr euch das dann auch nochmal anschauen. Also die Zahlen per se waren gut. Das Fintech-Geschäft wächst sehr schnell. Gesamt Zahlungsvolumen ist um 57 Prozent angestiegen bei Mercado Libre. Und wir haben auch im Vergleich zur Historie im Moment eine Bewertung, die viel, viel niedriger liegt. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir hier bei einem Price-to-Cash-Flow von 48 im Forward-Verhältnis sind. Price-to-Sales von 6 und ein Kursgewinn-Verhältnis von 75. Mir ist die Aktie für das, was jetzt an Konkurrenz auf dem Markt auftaucht, schlicht und ergreifend zu teuer geworden. Diese Zahlen, die jetzt oder die Reaktion auf die Zahlen, die jetzt hier etwas negativer ist, die zeigt mir eben auch, dass man hier ein bisschen Vorsicht walten lassen muss. Und dementsprechend habe ich zumindest die Position aufgelöst. Carvana. Carvana spannend. 30 Prozent nachbörslich. Carvana hatte ich erwähnt auch, glaube ich, am Samstag in der Chartzeit-Wochenausgabe, hatte ich darauf hingewiesen, dass Carvana eine sehr hohe Shortquote hat. Und da reicht es dann im Prinzip, wenn die Zahlen gut kommen oder vielleicht ein bisschen besser als erwartet, dass wir dann ordentliche Bewegungen nach oben sehen können. Und genau das ist jetzt hier passiert. Wir haben mit 30 Prozent Rutsch nach oben. Das können wir uns hier mal kurz anschauen. Der Umsatz, der ist insgesamt auf Jahresbasis um 15 Prozent rückläufig gewesen. Aber das, was eigentlich interessant ist, ist, wir nähern uns hier mehr und mehr der Profitabilität. Hier ist nur noch ein Dollar an Verlust angefallen übers Quartal. Und wenn wir uns das Vorquartal anschauen, das haben wir, also hier ist der eine Dollar Verlust. Und im Vorquartal, also im gleichen Quartal im letzten Jahr, lagen wir hier bei 7,60 Dollar auf der Verlustseite. Mit per se sogar mehr Umsatz als jetzt generiert worden ist. Und das zeigt, dass dieses Geschäft relativ schnell hier auf die Seite der Profitabilität bewegt wird. Und das ist, glaube ich, das, was den Marktteilnehmern hier wirklich gut gefällt, was hier so erste kleine Kaufwellen verursacht hat. Und dann haben wir eben ganz oft diese hohe Shortquote, die dazu führt, dass wir dann auch eine ziemlich kräftige Bewegung sehen. Zusätzlich fand ich es auffällig, dass einige große Banken bei Carvana Positionen aufgebaut haben. Auch da habe ich darauf hingewiesen, in der Mahlzeit-Musterdepot, in der Chartzeit-Wochenausgabe. Ich komme schon ganz durcheinander mit den ganzen Formaten. Also in der Chartzeit-Wochenausgabe klar darauf hingewiesen, dass Carvana hier einige Fonds hat, die hier gekauft haben. Ja, und dementsprechend haben wir hier eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung gesehen. In der Aktie jetzt 30%. Ich würde vielleicht empfehlen, sich das Ganze jetzt einmal auf dem Chart anzuschauen. Ich bleibe jetzt mal im Euro-Chart. Da sehen wir nämlich sehr gut die einzelnen Niveaus. Wir haben jetzt hier ein recht wichtiges Ausbruchslevel erreicht. Wenn wir hier aber auf den Dreijahres-Chart gehen, dann sehen wir, wir sind per se noch ganz klar abwärts gerichtet und sind vielleicht jetzt hier gerade am Wendepunkt. Also ich würde nach dieser kräftigen Bewegung, die wir jetzt hier vorbörslich gesehen haben, vielleicht ein paar Gewinne vom Tisch nehmen. Ich will auch einfach nur mal kurz zeigen, wenn man so etwas dann aggressive Trails mit kleinen Scheinen aufbaut, dann können wir hier mal kurz in diese Übersicht reingehen. Da können wir hier mal auf das, ich habe hier so ein kleines Konto angehängt, um euch auch einfach mal zu zeigen, dass man hier sehr gut mit OnVista über die Plattform direkt handeln kann. Und da haben wir hier im unteren Bereich so einen kleinen Zockerschein auf Carvana und die liegen dann auch ganz schnell hier mal 70 Prozent vorne und 90, 100 Prozent Tagesbewegung hier, also mal schnell verdoppelt. Und das sind also so kleine Geschichten, die macht man dann auch bitte immer nur mit kleinen Risiken. Aber sowas finde ich hin und wieder mal ganz spannend. Kann ich natürlich nicht immer in die Musterdepots mit reinpacken, denn da habe ich ja auch ein bisschen eine Verantwortung gegenüber euch als denjenigen, die das quasi lesen und da kann es natürlich auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Das sind also immer Positionen, bei denen man sich auch damit anfreunden muss, eventuell einen Totalverlust zu erleiden. So, Block hat noch Zahlen geliefert gestern. Das ist die letzte Aktie, auf die ich jetzt hier drauf schauen will mit euch. 17 Prozent geht es da vorbörslich nach oben und das ist natürlich eine enorm gute Entwicklung. Und das, obwohl die Zahlen, wie ich finde, jetzt gar nicht so berauschend waren. Also, wir haben einen Gewinn pro Aktie, der ist mit 45 Cent gekommen. Und jetzt können wir uns das Ganze mal hier anschauen, müssen wir aber darauf hinweisen, da sind die Dezemberzahlen jetzt noch nicht drin. 45 Cent pro Aktie haben wir gesehen. Das ist natürlich ein deutlicher Anstieg gegenüber den 22 Cent, die wir im Vorjahr hatten. Aber diese 45 Cent pro Aktie, die haben die Analystenerwartungen um 12 Cent verfehlt. Und der Umsatz, der ist gekommen mit 5,77 Milliarden. Da haben wir also einen neuen Umsatzrekord und liegen auch höher als im Umsatz im September. Nur, das ist natürlich so ein kleiner Wermutstropfen, wenn wir uns anschauen, dass wir im Septemberquartal 5,6 Milliarden auf der Umsatzseite hatten. Jetzt haben wir 5,8 Milliarden knapp. Hier hatten wir 55 Cent Gewinn pro Aktie. Jetzt konnten nur 45 realisiert werden. Das ist natürlich ein bisschen schade. Trotzdem schiebt die Aktie hier ordentlich durch die Decke. Und dafür müssen wir uns vielleicht mal anschauen, wie es in den einzelnen Bereichen so aussieht. Das, was für Block immer besonders wichtig ist, das ist im Prinzip der Gesamtumsatz hier vom Gross Payment Volume, vom GPV. Gross Payment Volume, also das, was über die Plattform alles insgesamt umgesetzt worden ist. Und das waren hier immerhin 57,5 Milliarden. Und das vergleichen wir ja mit dem vierten Quartal 2022. Und da haben wir einen Zuwachs um 8 Prozent gesehen. Das finde ich ganz gut. In den einzelnen Bereichen sieht es so aus, wenn wir uns nur den Bereich Square Cash App anschauen. Das ist also die große Cash App von Square. Da ist das Gross Payment Volume rückläufig gewesen. Und zwar um 13 Prozent. Man liegt hier mit 3,95 Milliarden. Immer noch deutlich besser als das, was die Analysten erwartet haben. Mit 3,7 Milliarden. Aber das Gross Payment Volume ist rückläufig. Das ist aber gar nicht so schlimm. Das werden wir auch gleich sehen, warum die Aktie trotzdem 16, 17 Prozent angezogen hat. Denn es geht natürlich nicht immer nur ums Gross Payment Volume. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal schnell auf der Seite von Square selber an. Das sind also die reinen Square Produkte. Das ist quasi die Händlerseite, das Händlergeschäft. Da sehen wir 53,54 Milliarden. Das ist zum vierten Quartal hier auch nochmal ein kräftiger Anstieg, ein kräftiger Zuwachs. Um 10 Prozent geht es hier nach oben. Und jetzt haben wir Folgendes. Der größere Bereich des Händlergeschäfts, da geht der Umsatz quasi um 10 Prozent nach oben. Der kleinere Bereich, Cash App, da geht es um 13 Prozent runter. Wenn wir uns aber jetzt mal angucken, wie das aussieht von Seiten der Einnahmen, dann haben wir hier die Einnahmen übers Gesamtjahr. Und da sehen wir, der Gross Profit von Square, der liegt bei 3,13 Milliarden. Der Gross Profit der Cash App, der liegt bei 4,3 Milliarden. Also enorm hoch im Vergleich zu dem, was da am Ende umgesetzt wird. Und das bringt uns hier ein Gross Profit von 7,5 Milliarden. Also 25 Prozent Wachstum im Profit bei Square auf Jahresbasis. Und das Ganze auf Quartalsbasis ähnlich stark. 22 Prozent Wachstum auf Quartalsbasis. Und jetzt haben wir ja gerade gesehen, auf Quartalsbasis ist das Gross Payment Volume von der Cash App 13 Prozent rückläufig gewesen. Wenn wir uns aber den Profit anschauen, den haben wir hier. Cash App Gross Profit übers Quartal ist 25 Prozent angestiegen. Und das zeigt ganz eindeutig, dass die Cash App trotzdem das ist, was hier der Gewinnbringer ist bei Square. Gar nicht so sehr der Bereich Händlergeschäft, sondern der Bereich Cash App. Und diese Cash App, die möchte man jetzt eben auch weiter aufbohren noch im Prinzip. Man geht hier in den Bereich Debitkarte. Es gibt jetzt eine Cash App Debitkarte. Die möchte man quasi so als Einstiegsbereich dafür sehen, dass die Kunden Square dann auch quasi als Bank nutzen. Da gibt es dann also auch die Möglichkeiten der Direkteinzahlung von Gehaltschecks. Das ist auch etwas, was sehr wichtig ist für Block. Und dementsprechend sehe ich das Ganze hier im Moment wirklich positiv. Und Block gefällt mir inzwischen besser als PayPal. Wir sehen hier jetzt noch das Nettoeinkommen. Ja, übers Jahr. Da sehen wir hier übers Quartal 178 Millionen Nettoeinkommen bei Block. Und das vergleichen wir jetzt mal kurz mit den Vorquartalen, mit den letzten drei Quartalen. Die haben wir hier, also die letzten vier Quartale. Und da sehen wir, da ist in jedem Quartal ein kräftiger Verlust angefallen. Jetzt haben wir hier ein Quartal mit einem ordentlichen Gewinn und auch im Vergleich zum Vorjahr eine sehr dynamische Entwicklung. Gefällt mir wirklich gut. Und durch diese 178 Millionen Quartalsgewinn sind wir jetzt hier auch auf einen Jahresgewinn gekommen bei Block. Und zwar auf einen Jahresgewinn von immerhin 10 Millionen, die hier hängen geblieben sind. Ja, das waren im letzten Jahr noch 540 Millionen auf der Verlustseite. Also Block gefällt mir enorm gut. Wir schauen mal gerade auf die Kursentwicklung. Und da sehen wir jetzt dieses Ausbruchsniveau hier. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ausbruchsniveau. Ich gehe mal auf den Dollarkurs der Aktie. Der ist ja doch immer ein wenig sauberer noch. Den haben wir hier. Und wenn wir uns jetzt hier den Dollarkurs anschauen über das letzte Jahr oder vielleicht mal auf den interaktiven Chart gehen, dann können wir uns nämlich auch gleich noch die Kursziele raussuchen. Hier können wir das ein bisschen genauer steuern. Dann sehen wir vielleicht, dass wir im Moment hier an einem ganz wichtigen Level liegen, nämlich im Bereich dieser Trendlinie, diese Trendlinie, die hier läuft. Wir werden ungefähr in dem Bereich dieser Trendlinie hier heute eröffnen, vielleicht ganz knapp drüber. Das heißt, das, was wir jetzt sehen müssen bei Square, das wäre ein Ausbruch über dieses Doppeltop. Wenn wir einen Ausbruch über das Doppeltop hier sehen, dann haben wir sehr gute Chancen, dass sich die Aktie wirklich ordentlich weiterentwickeln kann. Und dafür gehe ich jetzt mal auf den Wochenchart, dass wir hier ein bisschen mehr Kursverlauf reinkriegen. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wenn man hier jetzt Trades aufsetzen möchte, mittelfristige, dann kann man sich natürlich anschauen, was war denn diese letzte Korrektur, die wir hier gesehen haben. Das war die letzte Korrektur. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind ein bisschen defensiver und wir warten tatsächlich, falls die Aktie einfach weiter rennt, auf dieses Ausbruchsniveau 81,50 Dollar, dann können wir hierher gehen und können sagen, vielleicht bei 81,50 könnte man einen Trade aufbauen. Wir haben hier bei 61,60 wirklich ein markantes Tief in der Aktie. Da könnte man abstoppen. Und wenn wir uns jetzt hier die Kursziele anschauen und nehmen einfach mal die Mitte dieser Zielrange hier, die liegt so bei 115 Dollar, dann sehen wir, wir können hier ein Chance-Risiko-Verhältnis 1,6 zu 1 generieren über einen mittelfristigen Swing-Trade. Und das ist etwas, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Und schon alleine deswegen finde ich die Square-Aktie sehr, sehr interessant. Und auch wenn wir uns auf Wochenbasis hier nochmal den Verlauf anschauen, den letzten, dann haben wir hier natürlich ganz klar eine übergeordnete Abwärtsbewegung. Und jetzt haben wir hier ein Tief, ein tieferes Tief, haben hier ein höheres Tief generiert, denn wir werden heute hier in diesem Bereich irgendwo in die Aktie rein starten, haben jetzt hier eine inverse SKS-Formation und diese inverse SKS-Formation liefert uns das gleiche Kursziel. Also Square gefällt mir ausgesprochen gut und damit haben wir noch kurz Zeit für eure Fragen. 79,02 an der Nasdaq-Vorbörse. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, und damit liegen wir eben ja in der Nähe dieses alten Hochs hier, ganz, ganz wichtiger Bereich. Okay, so. Ah, Hugo Boss, das hatte ich gestern schon ein, zwei Mal gelesen im Chat. Tobias, da schauen wir mal schnell auf Hugo Boss, das ist doch gar kein Problem. Da gehen wir mal gerne in den Chartverlauf hier rein, schauen uns das Ganze mal auf Jahresbasis an. Hugo Boss hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich hatte eigentlich immer wieder gesagt, Hugo Boss unter 60 Euro gefällt mir relativ gut als mittelfristiges Einstiegsniveau. Da hat sich im Prinzip nichts dran geändert. Wir haben auf der Unterseite hier ein recht gutes Unterstützungsniveau. Das ist, na nun, das war nicht so hübsch. Das ist ungefähr dieses hier. Ja, der ganze Bereich hier ab 58 Euro nach unten ist sehr starkes Unterstützungsniveau. Wir haben so ein erstes kleines Niveau, das liegt hier bei 60. Da würde ich drauf warten. Ja, wir sehen, dass der Trend, das Momentum hier noch mittelfristig abwärts gerichtet ist. Wir hatten zuletzt hier einen guten Versuch, aus dieser Bullflag hier auch wieder nach oben auszubrechen. Jetzt kommt das Ganze erstmal wieder ein bisschen zurück. Ist aber für mich bei Boss eine relativ klare Geschichte. Wir hatten drüber gesprochen. Wenn man die Aktie hier im unteren Bereich irgendwo unter 60 Euro reingenommen hat, dann würde ich sie halten. Wenn man sie noch nicht hat, würde ich schauen, ob wir nochmal einen Rücksetzer auf dieses Niveau kriegen, um hier einzukaufen, zum aktuellen Niveau, würde ich das nicht unbedingt machen. Aber vom KGV, wenn wir es uns anschauen, Kursgewinnverhältnis 14. Wir liegen am unteren Ende der Spanne. Aber es ist natürlich kein super Schnäppchen mehr, sondern das würden wir vielleicht eher kriegen, wenn wir nochmal unter die 60 Euro Marke rutschen. Dann kommen wir natürlich auch nochmal zu niedrigen KGVs da rein. Und dann fände ich das Ganze am Ende noch spannender. AMD vor Ausbruch. Ja, AMD hat natürlich auch nochmal kräftig angezogen jetzt mit den Nvidia News. Hat sich sehr, sehr gut entwickelt, die Aktie. Da gucken wir auch mal schnell drauf. Und zwar die Bewegung auch nochmal von gestern. Die war nämlich auch recht ordentlich. Ja, 11% knapp ist es nach oben gegangen. Wir waren gestern im Haupthandel. Wir schauen uns den Kursverlauf an. Ja, sieht aus wie kurz vorm Ausbruch. Und im Prinzip könnt ihr euch das immer ganz einfach machen. Ihr könnt hier auf die höhere Zeitebene gehen. Wir sehen auf dem Jahreschart ganz klar diesen Aufwärtstrend. Und wenn man jetzt hier auf das Wochensegment wechselt, dann sieht man im Wochensegment eben das, was wir immer sehr gerne traden. Nämlich eine hohe Dynamik, eine Bull Flag, eine hohe Dynamik und hier die nächste Bull Flag. Ja, schaut euch die Konsolidierung hier an. Das ist eine ziemlich klare, abwärtsgerichtete, leicht abwärtsgerichtete Konsolidierung bei fallendem Volumen. Ja, und das ist genau das, was wir sehen wollen für eine bullische Konsolidierung. Und typischerweise ist es so, je größer die Zeitebene ist, die ihr euch anschaut, umso besser funktionieren diese potenziellen Handelssignale. Und deswegen sehe ich hier ganz gute Chancen für die Aktie. Ich gehe einmal schnell in den interaktiven Kurs. Und deswegen sehe ich hier ganz gute Chancen, dass ich vielleicht diese letzte Aufwärtsbewegung hier, diese letzte Swing-Bewegung, wenn wir die ans niedrigste Niveau hier dran legen, dann kommen wir auf das nächste potenzielle Kursziel bei AMD. Und das liegt dann irgendwo bei 210, 212 Dollar. Das wäre so der Bereich, den ich hierfür durchaus noch möglich halte für die Aktie. Und damit sieht man dann im Prinzip, auch wenn man solche Ausbrüche handeln will, kann man das hier tun. Das ist das Ausbruchsniveau. Wir hätten ein Stop-Level, das liegt hier irgendwo im Bereich der alten Tiefs. Wir hätten ein Zielniveau, das liegt hier oben, macht ein 1,16 Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist noch in Ordnung, kann man noch machen, ist jetzt nicht ideal. Aber ist noch okay dafür, dass wir einen wirklich starken Trend hier haben und im Prinzip eine ganz gute Chance, dass sich das Ganze auch trendfolgend fortsetzt. Denn wir haben gesehen, Good News sind Good News. Gute News werden noch gekauft. Es hätte auch anders laufen können. Wir hätten sehr gute Zahlen von Nvidia kriegen können und der Markt verkauft die ab. Dann wäre dieser Bullen-Trend im Bereich Semiconductor und im Bereich KI deutlich in Gefahr gewesen. Jetzt mit der Reaktion, die wir da gesehen haben, sehe ich das momentan nicht so. Okay. So, was haben wir noch? AXA sehe ich, ist häufiger gefragt. Okay, AXA hat glaube ich auch Zahlen gebracht. Kann das sein? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. AXA, nee, hier steht es zumindest nicht. Ach genau, AXA hat die Dividende erhöht gestern. Okay, wir schauen mal in den Kursverlauf rein. AXA ist ja auch dieser Versicherungsbereich, gefällt mir auch wirklich gut. Auch wenn wir hier auf die letzten drei Jahre schauen, wir sehen diese deutliche Dynamik nach oben. Wir hatten ein wichtiges Ausbruchslevel hier in der AXA, etwas über 30 Euro. Hatten dann an diesem Niveau auch nochmal eine bullische Konsolidierung gesehen hier. Ja, die ging nochmal aufs 30 Euro Niveau und jetzt diesen dynamischen Ausbruch nach oben. Sieht charttechnisch weiter sehr, sehr gesund aus. Wir können das Ganze mal vielleicht kurz überlagern hier mit einer Allianz und mit einer Hannover Rück und mit einer Münchner Rück. Ja, ich glaube, da sieht man relativ klar, es ist am Ende nicht so wirklich entscheidend, welche dieser Werte ihr im Depot drin habt. Ich hatte mich für die Münchner Rück entschieden, fürs Muster Depot, einfach weil die die größte relative Stärke hatte zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, welche Aktie da reinkommt. Die ist jetzt hier auch auf Dreijahresbasis enorm gut gelaufen, 75%. Dann haben wir die Hannover Rück mit 65% und dann kommt auch schon die AXA mit 61%. Also ihr seht, das ist am Ende. Ja, die wechseln auch gerne mal die Positionen im Laufe der Zeit. Ich halte die durch die Bank für alle gut und ich denke, die kann man auch alle sauber im Depot halten. Und dann, okay, Biontech, naja, Biontech sieht genauso aus wie Moderna am Ende. Das macht keinen großen Unterschied. Das ist die gleiche Ausgangssituation. Die generierten Umsätze werden immer kleiner, die generierten Gewinne werden immer kleiner und man ist darauf angewiesen, ein neues Produkt zu liefern. Und deswegen wäre ich da ein bisschen entspannt. So, danke für AXA, sehr gerne. Eine Allianz, haben wir da nicht vorhin drüber gesprochen? Vielleicht einmal kurz zurückspulen. Workday, okay, eine gucken wir noch in die Workday, schauen wir noch rein. Workday, zack. Da wollen wir natürlich auch den US-Chart sehen. Ja, die hat gestern auch mit der freudigen Marktbewegung weitere gute Bewegungen aufgebaut. Da sehen wir hier im Moment auch eine bullische Konsolidierung. Ja, das ist eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Hier ums 300-Dollar-Niveau Ausbrüche nach oben. Also Ausbrüche über das Tageshoch von gestern kann man, glaube ich, meiner Meinung nach kurzfristig noch handeln. Wir sehen dieses Niveau bei Workday, was sehr, sehr wichtig ist, weswegen mir das auch ganz gut gefällt, dass die Aktie jetzt da die zweite Woche im Prinzip versucht, über dieses Niveau drüber zu gehen. Wenn wir das nach oben durchbrechen, dann sind wirklich die nächsten Widerstandslevel hier in weite Ferne gerückt. Und ich glaube, dann haben wir auch eine gute Chance, hier nochmal ein kräftiges Momentum zu sehen in der Workday. Und ja, sieht man hier, wenn wir uns den Max-Chart anschauen, das sind allzeithochs hohe Volatilität in der Aktie. Aber ich denke, das ist durchaus ein Niveau, in dem man auch mal einen aggressiven Trade starten kann. Das Kursziel, was sich langfristig daraus ergibt, das liegt irgendwo bei 450 Dollar. Also Workday, gute Frage, ist ein sehr, sehr wichtiger Chartpunkt, wo wir gerade stehen. Gefällt mir gut und damit entlasse ich euch ins Wochenende. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns am Montag hier wieder sehen, wenn es wieder heißt Mahlzeit. Und bis dahin euch alles Gute und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.